Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt bei dem Frau Courage Podcast. Ich heiße Cora Hansen, bin der Host dieser Show und freue mich heute mit euch das Thema mentale Stärke anschauen zu können und wie euch mentales Coaching dabei helfen kann, eure mentale Stärke auszubilden. Als allererstes die gute Nachricht, mentale Stärke lässt sich trainieren. Mit mentaler Stärke muss man nicht geboren sein, sondern man kann Techniken erlernen, um sich bestmöglichst zu unterstützen, dabei ein erfolgreiches und auch stabiles und ausgeglichenes Leben zu haben. Was ist denn überhaupt mentale Stärke? Wenn man sich mal anschaut, was mentale Stärke ist, dann hat das viel mit Selbstannahme zu tun und Selbstakzeptanz, aber auch mit dem, dass man die komplette Verantwortung für sein Leben übernimmt. Was natürlich auch das bedeutet, dass man mit dem umgehen kann, dass es Dinge im Leben gibt, die man nicht beeinflussen kann, wo einem ungerecht getan wurde oder wird. Egal jetzt von anderen Menschen oder vom Schicksal oder vom Leben vielleicht. Also solche Dinge gibt es auch im Leben von Menschen, die mental stark sind, aber der Umgang ist der andere. Also jemand, der mental stark ist, für den ist nicht alles per se gut und schön und er oder sie ist immer auf der Sonnenseite des Lebens. So verstehe ich mentale Stärke überhaupt nicht, sondern es ist eher das, dass man sich im ersten Schritt anschaut, was einem angetan worden ist oder wo man unfair behandelt worden ist oder wo man irgendwie frustriert ist oder traurig ist drüber. Und im zweiten Schritt schaut man sich an, wie man da eben die Verantwortung übernehmen kann dafür, dass es weitergeht oder dass man dann anderen Umgang mitfindet. Und auch in des kommt, dass man eine Entscheidung trifft. Denn viele Menschen leben ein Leben, das sie eigentlich gar nicht wirklich leben wollen, weil sie denken, es gehört sich so oder sie denken, dass sie gar nicht wirklich eine Wahl haben oder sich anders entscheiden können. Und in unserer westlichen, sehr privilegierten Welt ist es eigentlich den meisten Menschen möglich, sich zu entscheiden, Dinge anders zu tun und einen anderen Weg einzuschlagen. Das fängt schon damit an, dass man sich auch bewusst entscheidet, gewisse Gedanken nicht zu denken beziehungsweise die Gedankenspirale ab einem gewissen Punkt auch abbrecht. Also wenn du merkst, dass du ins Grübeln kommst und immer wieder in deinem Kopf die gleichen Schleifen drehst und destruktive Selbstgespräche da mit dir selber führst, die dich nicht weiterbringen, sondern nur runterziehen und auch in einer passiven Rolle verharen lassen, dann schau dir es mal an, was für ein Mechanismus da abläuft und dann entscheide dich bewusst, dass du ein Stoppschild ziehst oder einen Stoppschalter drückst und deine Gedanken ab einem gewissen Punkt einfach ausschaltest. Und es kann dir helfen, dass wenn du dann dieses Stoppschild ziehst oder diesen Schalter drückst, dass du dann eine andere Handlung einfach beginnst. Also wenn du jetzt darüber nachkrübelst, dass du irgendwie beruflich nicht weiterkommst und dass dich niemand mag etc., dann schau dir dein Stoppschild an und dann beginn mit einer Handlung, die dir das Grübeln sehr schwer machen. Dann fang zum Beispiel mit Sport an oder les was oder schau einen Film oder führ einen Telefonat mit jemand. Also mach irgendwas, was dein Grübelfilm unterbricht und was dich in dem Moment auch dann einfach ablenkt von dem. Ablenkung ist nicht immer gut, aber in gewissen Punkten im Leben kommt man auch über Grübeln nicht weiter. Deswegen hilft es einem, da einen Cut zu machen und sich dann abzulenken. Und dann im dritten Schritt sollte man ein Problem natürlich trotzdem anschauen und schauen, wie man sich da selber vielleicht auch Unterstützung holen kann oder wie man da auf eine konstruktive Art und Weise damit umgeht, dass man vielleicht im Job nicht weiterkommt oder dass man das Gefühl hat, man hat keine Freunde oder keine Menschen, die einen mögen. Das sind ja schon auch Themen, die man lösen kann oder sich zumindest auf den Weg machen kann, die zu lösen. Also jemand mental stark ist, übernimmt die Verantwortung für sein Leben und schafft es auch, sich aus negativen Gedankenspiralen rauszubringen. Und ein dritter Punkt von jemand mental stark ist, dass er seine Emotionen kontrollieren kann, also dass er sich Mechanismen erarbeitet hat oder er auch vielleicht im besten Fall auch erlernt hat in der eigenen Kindheit oder Jugend, um Impulse zu kontrollieren. Also wenn du jetzt sehr wütend wirst über was, dann solltest du im besten Fall einen Weg kennen, den du da gehen kannst, der dir es ermöglicht, jetzt nicht die ganze Wohnung zu demolieren, jetzt im schlimmsten Fall mal, sondern der dir ermöglicht, dass du auf eine konstruktive Art und Weise mit dieser Wut umgehst. Dass du zum Beispiel spazieren gehst oder dass du Sport machst oder dass du einfach mal raus in den Garten gehst und laut schreist. Also irgendeine konstruktive Art und Weise da ist, mit starken Emotionen umzugehen. Und ein vierter Punkt von jemand mental starkes ist, dass der Mensch sich von dem gelöst hat, dass er es jedem und jeder recht machen muss. Und sich da auch so abgrenzen kann, dass er Nein sagen kann in Situationen, die einem nicht gut tun. Raus aus diesem Strudel ist, dass man auf allen Feldern vielleicht auch mitkämpfen muss und schauen muss, dass die Stimmung immer gut ist und dass jeder zufrieden ist. Das ist nicht per se deine Aufgabe. Und sich abzugrenzen und auch Nein sagen zu können und seine eigene Grenze zu wahren und zu verteidigen, das macht eine mental starke Person aus. Auch hier weiß ich, dass es nicht in jeder Konsequenz geht, Nein zu sagen und seine Grenze zu wahren, gerade wenn man jetzt vielleicht Eltern ist. Der fünfte Punkt von einer mental starken Person ist, dass die Person sich ihren eigenen Werten bewusst ist. Denn dadurch triffst du leichter Entscheidungen, weil du weißt, ob eine Entscheidung deinen Werten entspricht oder eben auch nicht. Du lässt dich auch weniger verunsichern und lässt dich weniger beeinflussen und kannst auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass du eine Entscheidung getroffen hast, weil sie eben gegen deine Werte ist, mit der kannst du besser umgehen. Und wenn du deine eigenen Werte kennst, dann hilft es dir, ein authentisches Leben zu führen und ein Leben zu führen, wo du auch nicht ständig hinterfragen musst, will ich das oder brauche ich das? Sondern wenn du dir deiner Werte ganz sicher bist, unterstützt sich das einfach in allen Bereichen. Und was nicht bedeutet, dass du jetzt einmal dich mit deinen Werten beschäftigst und die für immer dann so fest in Stein gemeißelt sind, das bedeutet das überhaupt nicht. Es gibt Lebenskrisen oder Lebensphasen, wo sich Werte auch ganz radikal verschieben können und das ist auch gut so, sofern du dir dessen bewusst bist, dass sich jetzt deine Werte verschoben haben. Und es kann immens helfen, wenn die Werte von deinem Leben mit deinen Zielen übereinstimmen. Dafür muss man erstmal die eigenen Lebensziele kennen. Zu Lebenszielen und zu Zielfindungen habe ich eine eigene Podcast-Folge gemacht, deswegen, wenn du dir über deine eigenen Ziele nicht so klar bist, dann hör die Folge einfach mal an. Da sind viele gute Impulse dabei, die dich dabei unterstützen können. Mentale Stärke bedeutet auch, dass man sich als Teil der Lösung sieht und nicht nur tausend Probleme, die man eh nicht irgendwie lösen kann oder anpacken kann, sondern es bedeutet, dass man Wege findet, dass man flexibel ist und es auch aktiv anpackt, sich auf den Weg zu machen, um das eigene Leben mitzugestalten. Und ein mental starker Mensch kennt seine Schwachpunkte, seine Glaubenssätze, die teilweise ja uns immens limitieren und einfach beschränken können in dem, was wir über uns und unser Leben denken. Und wenn du dir auch deiner eigenen inneren Bilder bewusst bist und dir bewusst bist, woher deine Glaubenssätze kommen, dann kann es dir immens helfen, ein selbstverantwortliches Leben zu führen. Und mentales Coaching kann dir helfen, ein mental starker Mensch zu werden. Coach beziehungsweise Coaching ist weder in Deutschland noch in Österreich ein geschützter Begriff. Deswegen kann sich jeder so nennen und ich weiß nicht, was ihr bei anderen Menschen bekommt, wenn die euch ein mentales Coaching anbieten. Ich kann nur von meiner Arbeitsweise erzählen und von dem, was ich in meinem Studium gelernt habe. Ich habe einen Master im mentalen Coaching an der Uni Salzburg gemacht und erzähle eben aus meiner Arbeit und aus meiner mentalen Coaching Definition. Und mentales Coaching besteht aus einem beratenden Aspekt und aus der mentalen Arbeit. Und in der mentalen Arbeit wird mit sukzessiven Methoden gearbeitet, mit Imagination, mit Entspannungsübungen, mit sukzessiven Methoden, mit Glaubenssätzen, inneren Bildern, mit Katatümen Bild erleben und mentales Coaching spricht dein ganzes Menschsein an. Also nicht nur deinen rationalen Bereich, sondern eben auch der emotionale Bereich. Es wird mit kognitiven Methoden gearbeitet, also mit Methoden, die deine Wahrnehmung, deine Gedanken ansprechen, also wo du Dinge erkennst, festlegst, planst, zutierst, ordnest, wie zum Beispiel deine Werte oder deine Lebensrollen oder auch deine Lebensziele. Das sind alles Dinge, die erstmal deinen kognitiven Bereich ansprechen und im zweiten Schritt wird eben mit dieser emotionalen Ebene gearbeitet, wo auch viel über Visualisierung geht, über Imaginationen geht, wo es darum geht, sich innere Bilder anzuschauen, die in dir wirken und aber auch bewusst neue innere Bilder in dir zu schaffen, damit sie in dir wirken und deine Ziele und auch dein zufriedenes Leben einfach unterstützen. Und all das hat als Ziel, dass deine Selbstwirksamkeit gesteigert wird. Und damit ist gemeint, das Vertrauen in deine eigene Leistungsfähigkeit oder überhaupt in dein Leistungsvermögen, aber auch in deine Urteilsfähigkeit und allgemein auch in deine Zuversicht, dass du Hindernisse, die dir das Leben gibt, überwinden kannst und dass du auch immer wieder das schaffst, dass du dich aus Blockaden löst und Blockaden hinter dir lässt. Und mentales Coaching ist keine Magie, es geht nicht darum, dass ich dir jetzt als Coach einmal sage, du schaffst jetzt alles und du musst da nur fest dran glauben, sondern es arbeitet eben auf den verschiedenen Ebenen und man muss da immer auch ganz viel selber mitarbeiten und mitgestalten. Um zu einer wirklichen tiefen Veränderung zu kommen, braucht es auch einfach Zeit und manchmal gibt es auch keine schnellen Lösungen, weil oft ist das Problem ja komplexer. Also nicht das positive Denken steht im Vordergrund, sondern das, dass du umdenkst, aber auch dein Denken erweiterst, dass du deine Blockaden anschaust, deine negativen und behinderten Glaubenssätze anschaust und die umwandelst und umgestaltest, um dir das so zu ermöglichen, dass du eine hohe Lebensqualität bekommst und dass du auch eine innere Freiheit findest, um dein Leben so zu gestalten, wie du das gerne hättest, ohne von negativen Dingen blockiert zu sein. Und mithilfe von mentalen Coaching kann man sich selbst verwirklichen und mentales Coaching eignet sich für alle Themen. Die meisten kennen vielleicht mentales Coaching aus diesem Sportbereich, da kommt es auch ursprünglich her, weil man entdeckt hat, dass es sehr effektiv ist, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin zum Beispiel in einer Verletzungspause oder einer Trainingspause sich auch die Bewegungsabläufe im Gehirn immer wieder hervorruft und die trainiert. Die reine Vorstellung von einem Training hat immensen positiven Einfluss auf die Leistung des Sportlers der Sportlerin und diese Methode oder auch dass man im Hochleistungssport ja auch vielen Stressoren ausgesetzt ist, also dass man die eigene Leistung eigentlich auf den Punkt genau erbringen muss und mit diesem immensen Druck umgehen muss. All das sind Faktoren, die man für sein berufliches oder auch für sein privates Leben auch brauchen kann. So ist mentales Coaching eben auch in diesen privaten und beruflichen Bereich gekommen und wurde eben noch ausgeweitet und verstärkt. Aber es kann dir eben helfen mehr Klarheit, aber auch mehr Motivation, mehr Elan fürs eigene Leben zu entwickeln, eine Perspektive vielleicht auch zu entwickeln für dein Leben, eine innere Freiheit zu gewinnen. Und es gibt eigentlich kein Thema, was nicht mit mentalen Coaching bearbeitbar wäre. Nach meinem ethischen Verständnis sollten aber gewisse Themen studierten PsychologInnen und PsychiaterInnen überlassen werden. Ich weiß, dass es auf diesem Coaching-Markt sehr viel Werbung dafür gibt, dass man per Coaching Traumata heilen kann oder Depressionen. oder auch Psychosen. Ich finde, das sind keine Coaching-Themen und die sollten absolut in Hände von Menschen, die da viele, viele Jahre studiert haben und viel Erfahrung haben damit. Das mentale Coaching kann Psychotherapie begleiten oder auch einen Psychiatrie Aufenthalt, aber es kann das niemals ersetzen. Und das ist in meinen Augen, macht es auch einen kompetenten Coach aus, dass sie oder er das so klar abgrenzt, wo da Kompetenzen sind. Coaching ist keine Therapie und Menschen, die eine Therapie brauchen, weil sie einfach eine psychische Erkrankung haben, sollten auf keinen Fall nur ein Coaching besuchen. Mentales Coaching kann in so einem Fall eben als Ergänzung gemacht werden mit Absprache des Therapeuten oder der Therapeutin oder der Psychiater innen. Aber es setzt voraus, dass die Person, die sich da Unterstützung sucht, auch offen ist, mit Methoden zu arbeiten, die Augenschluss zum Beispiel voraussetzen. Also im mentalen Coaching arbeitet man eben auch auf dieser Unterbewusstseinsebene und da wird viel auch mit Übungen gemacht, die in der tiefen Entspannung passieren. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum mentalen Coaching oder zur mentalen Stärke allgemein, dann schreibt mir gern unter kontakt at fraukourage.de und gerne auch über meine fraukourage Facebook oder Instagram Seite. Nächsten Donnerstag werde ich ein Interview veröffentlichen, das ich geführt habe. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020